Welt seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Main, im Herzen von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Legolädchen, an einem fantastischen Tag, mit einem weiteren Modell aus der 2018er Technikwoche, aus der Sommertechnikwoche, ganz genau so ist es. Herzlich Willkommen dazu. 42081 Zeugs, richtig, so heißt er. Das ist ein Volvo Konzeptlader, ganz genau. Es ist ein Radlader, der eine Drohne dabei hat und kein Führerhäuschen und kurz mal so drumherum, zwei, drei Gedanken zu diesem Set von meiner Seite. 1200 Teile knapp, 120 Euro Liste. Er ist ein bisschen unnötig. Das ist auch die Resonanz, seit wir Bilder von dem Ding gesehen haben, sind wir eigentlich uns in der Technikwelt alle einig, dass dieses Set nicht hätte sein müssen. Die Teile, die verbaut sind, sind großartig, darauf komme ich später, allerdings ist das Ding natürlich zu teuer, das ist ja momentan Trend bei Lego und wenn man sich die Technikkundschaft anguckt, überlegt man sich, was die so mögen. Und da haben wir schon drüber gesprochen. Baumaschinen, Forstmaschinen, Laster und natürlich Autos. Idealerweise alles feingesteuert. So. Warum man jetzt ein futuristisches Zukunftskonzept bringen muss, wenn man erst 1% aller verfügbaren Baumaschinen, die es überhaupt aktuell schon gibt, erst nachgebaut hat und sich jetzt denkt, wir müssen uns was Neues ausdenken, weil wir haben keine anderen Ideen mehr, dann ist das ein bisschen tragisch. Vor allem, weil die Technikkundschaft sich tatsächlich dadurch auszeichnet, dass sie Sachen nachbauen wollen, die es gibt. Und guckt mal auf den Ideaseiten, Rebrickable, was auch immer, wo die Mocks reingestellt werden. Da werden Sachen nachgebaut, die es gibt, die Lego nicht bringt. Könnte Lego also auf die Idee kommen, mal auf diese Seiten zu gucken, was die Leute so wollen und dann bringt man es. Oder mal was Neues, wie eine Eisenbahnhaustechnik oder so. Aber wie gesagt, wir träumen da ja immer, wir haben da ja immer, ich rede hier häufig drüber. Aber da Lego anscheinend keine Idee mehr hatte, was sie machen können, überhaupt keine mehr. Volvo hat ja auch keine Landmaschinen mehr oder Baumaschinen. Nein! Mit dem Ferngesteuerten und dem kleinen Pneumatiker hat das Thema um. Volvo produziert nur die beiden Modelle. Also müssen sie auf ein futuristisches neues Modell gehen. Ich hätte allein 120 bessere Ideen gehabt, die Foren haben tausende bessere Ideen, aber Lego hat eine Fokusgruppe angestellt, wieder unter Führung von einem Top-Berater und das war die Idee. Okay. Wir können also sicher sein, während der Entscheidungsfindung trinken sie nicht nur bei Lego, sondern auch bei Volvo. Achselsaft natürlich. Ja, klar. Den haben wir jetzt hier. Und jetzt müssen wir mit ihm klarkommen. 120 Euro, wie ich schon gesagt habe, für 1200 Teile ist absolut teuer. Aber wir reden jetzt erst mal über das Set und danach können wir gucken, ob er wirklich doof ist oder nicht. Das ist die Box. Da seht ihr den Konzeptlader. Gehen wir beiseite, kleiner Kai. Und er heißt wirklich Zeugs. Also das ist nicht mein hessisches, wie ich immer sage, komisch Zeug oder so. Nein, Zeugs. Der heißt so. Und das ist sein Bruder, der Konzeptlader Pegax. Auch ein schönes Wort. Also Pegax und Zeugs werden in Zukunft wohl die Baustellen erobern. Ich meine, das ist jetzt echt keine Top-Technologie. Du hast irgendwie deine Kartierungsdrohne, die guckt, was so läuft. Und hier oben hast du dein komisches Auge an dem Viech und es fährt dann halt rum und baggert. Ich finde es jetzt, ja, egal. Wir haben es halt. Nichts Besonderes dran. Ich zeige euch mal kurz die Funktion und dann geht es los. Die sind schnell gezeigt. Er hat eine Lenkung. Diese Lenkung läuft auf beiden Achsen vollkommen klar. Der Wendekreis ist für ein Technikmodell absolut in Ordnung. Klar, auf der Baustelle sollte er noch wendiger sein, aber völlig in Ordnung. Das geht alles. Die Lenkung ist auch simpel gemacht, aber absolut fein. Auf der einen Seite ein langes Gear-Rick, auf der anderen Seite ein kurzes. Das ist einfach auf den Kopf gestellt, damit die gegenläufige Lenkung funktioniert. Überhaupt kein Thema. Die haben eine ganz schöne Absicherung gemacht, wenn man die Lenkung baut. Hat man oben das Gear-Rack und in der zweiten Ebene drunter laufen nochmal Lifterarme mit, die in der Mitte nochmal einen Konnektor haben, mit dem die ein bisschen mehr geführt werden. Ja, ist sehr stabil. Lenkung funktioniert wunderbar leicht. Überhaupt kein Widerstand, aber es sind halt auch nur 1200 Teile drauf. Ja, und es ist ein super leichtes Set. Also von daher, klar hat die Lenkung keinen Schmerz. Also, funktioniert gut. Jetzt kommen wir mal zu vier kleinen Zahnrädchen. Und leider haben sie die ganz kleinen Zahnräderchen genommen, wodurch das natürlich von der Übersetzung her ein bisschen fuddelig ist. Und der Werbetexter, der war ein Genie. Der hat, also zirrte seine Zunft, nämlich geschrieben, dass man die Schaufel, das ist die vom 42030er, wisst ihr, oh Gott, ich werde in dem Set wahrscheinlich viele Nummern runterrasseln, weil es Technik ist. Ihr wisst, unter meinen Videos liste ich alle Nummern auf, könnt ihr anklicken, kriegt ihr ein Bild dazu bei Amazon. Diese Schaufel 42030 und der Arm dazu. Und der Werbetexter hat festgestellt, man kann hier kurbeln und dann bewegt sich die Schaufel. Oder man kurbelt hier eins weiter unten und dann geht der Arm, hier ist noch eine kleine dazwischen. Es sind zu viele kleine Zahnräder. Es sind auf beiden Seiten übrigens immer. Und dann geht hier der Auslieger hoch. Also das hier oder so. Und jetzt hat er festgestellt, und wie gesagt, der muss Hilfe gehabt haben. Wenn man zwei Hände besitzt, dann kann man gleichzeitig den Arm bewegen und die Schaufel. Knaller, oder? Erzählt euren Freunden davon. Ist der absolute Knaller. So, dann haben wir hier unten noch dieses, an dem ich eben fälschlicherweise gedreht habe. Damit wird hier nochmal ein Aktuator betätigt, der das ganze Ding nochmal ein bisschen tiefer legt und den Winkel verändert zum Buddeln. Kann man hier so schön aufbocken. Dann wird der Radstand kürzer, ist er noch viel wendiger auf der Baustelle. Das wird ein Traum. Also, jetzt kurbel ich ein bisschen rum. Ja, funktioniert. Dazu haben wir hier noch die letzte Kurbel und die ist dafür da. Das mache ich jetzt auch mal, damit wir nämlich dann die maximale Länge von dem Ding nochmal haben. Ich kurbel den auch nochmal runter. Das ist das Gegengewicht, wenn du hart geladen hast. Viel Apfelsaft zum Beispiel. Na, komm her. Die Übersetzung ist eher länger. So. Und dann gucken wir doch mal, was du für eine Gesamte hast. Jetzt stehen wir doch eigentlich auch noch runter. Da holen wir auch noch einen halben Zentimeter raus. Du auch noch ein bisschen. So, also. Mehr jetzt, auf mehr habe ich vor allem keine Lust. Also, von hinten bis Schraube, ja, gute 60, 62, 63, irgendwas die Ecke haben hingekriegt. Dann gucken wir doch mal, nur mal so für euch. Schaufelbreite sind knapp 19. Ist echt eine Riesenschaufel. Reifen, also Fahrzeugbreite so 22. Und die Höhe, also das Gagelding mache ich nicht. Wollen wir es jetzt dafür wieder hochkurbeln, ja? Damit wir maximale Höhe von dem Teil haben. Je nachdem, wie aufgebockt ihr es irgendwo hinstellen wollt. Und etwas größeres Zahnrad wäre kein Fehler gewesen. Also 25. Bauzeit ist bei so einem Ding mit 1000 Teilen gut. Halt irgendwie so 2, 2,5 Stunden, irgendwas. Gut, wenn ihr die Aufkleber drauf macht, 4,5 Stunden. Dass ich da zu Volvo herablässt, echt wahr. Aber Anleitung dazu natürlich nur vom einen Modell. Das B-Modell gibt es noch nicht online. Das gibt es noch nicht. Habt ihr Pech gehabt. Momentan nur Zeugs, P-Gags irgendwann. Das waren jetzt die Funktionen. Übrigens, und jetzt kommt der Punkt. Ich war ja auch bei dem Pneumatik-Ding nicht so 100%ig happy komplett. Ich bin es bei dem auch nicht. Aber die Teile sind super. Und die Teile können nichts dafür, dass sie so komisch zusammengebaut sind. Und die Teile können auch nichts dafür, dass so wenig Freunde dabei sind. Es sind wenige Teile, aber die, die da sind, sind super. Es sind ein paar überraschende Teile dabei. Und die muss ich euch ja jetzt alle vorführen. Ist ja vollkommen klar. Geht ja gar nicht anders. Erstmal sieht es, wenn man den auspackt und alles ausleert, gar nicht so aus, als hätte irgendeine Italie-Tüte gebrochen. Weil es ist gelb drin, es ist schwarz drin und ein bisschen grau. Ein, zwei orangen, okay. Und das war's. Das sieht wirklich gut aus. Kann man gar nichts sagen. Hier hat gut geklappt. Zugegeben sind zwei kleine weiße Teile dabei. Diese komischen Konnektoren, die bei der Lenkung sind. Aber farblich ist der völlig okay. Kann man, kann man, kann man nichts sagen. Es ist die übliche Krankheit momentan dabei, wenn ich kurz beim Farben einhaken darf, die mich stört, dass die Achskonnektoren, also Achspins, das sind Doppelpinnen mit einer Achse dann dran, die in Dunkelgrau eingeführt worden sind vor ein paar Jahren, jetzt nur noch in Rot verbaut werden. In einem Modell, das gelb und schwarz ist, ist das natürlich die blödmöglichste Idee. Und bei blödmöglichster Idee ist Lego sofort dabei. Ja, und macht mit. Und das ist so unglücklich gelöst, dass ich mich frage, warum sind die nicht dunkelgrau drin? Die würden überhaupt nicht auffallen, das wäre ein total einheitliches Bild. Nein, die sind rot. Kein Mensch was machen. Also unnummerierte Tüten, trotzdem sind die gleichen Teile auch in verschiedenen Tüten untergebracht, was ziemlich doof ist. Irgendwie wieder diese Packidee, aber ist trotzdem doof. Ist lästig, wenn man baut. Und dann bastelt man und man freut sich, während man baut, wie viele tolle Teile man findet. Und die sind echt klasse. Und wir fangen doch mal an. Ich rede ja gerne über Teile. Und jetzt, wie gesagt, geht ja nur mal ein Salat los. Guckt immer mal unten, wenn ihr unsicher seid. Das sind die Reifen vom 42054er Glas Xerie. Und die Felgen drunter sind die vom 42030 Volvo Radlade. Beim 42082, dem großen roten Grad, der hoffentlich die Technikwoche rausreißen wird, sind die Felgen vom Glas Xerieon 42054 und die Reifen vom 42030er verbaut. Das heißt, wenn man beide Sets hat, hat man wieder die schöne alte Reifen-Felgen-Kombination, die man gerne haben möchte. Denn diese Reifen gibt es ja aktuell nur auf dem 42070 blauen Elend. Den will ja keiner. So. Also, wir kommen an die Reifen, wir kommen wieder an die guten Felgen. Alles ist in Ordnung. Ich bin happy. Reifenthema ist toll. Jetzt haben wir hier diese Felgen drauf. Von denen ja auch keiner genau weiß, was das soll. Die sind halt futuristisch. Und wenn man sich diese Felgen mal genauer ansieht, merkt man, dass hier diese 6x6 Parabol-Spiegel drin sind. Kennt ihr auch vom Elend. Und ich habe es euch auf dem Emerald Knight gezeigt, aber da mit den nicht gefüllten Noppen, was das Ding richtig toll macht. Und jetzt haben wir hier diesen Aufsatz. Steht aus diesen drei Konnektoren mit dann diesen Dingern drauf. Und drin sind sechs von den blauen Halbpins. Das sind diese hier. Diese halben Pins. Von diesen halben Pins sind, Obacht, 80 Stück verbaut. 80. Einfach mal 80. Bei einem 1200-Teile-Modell Technik. Habe ich schon überlegt. 80 von den Pins? Musst du Onkel hier mal nachdenken. Es gibt kein anderes Technikmodell, was mehr von diesen halben Pins verbaut hat. Gibt es einfach nicht. Nicht da. Egal, wie groß das Set ist. Niemand hat so viele Pins. Es gibt übrigens in der gesamten Lego-Welt nur zwei Modelle, die jemals mehr von diesen blauen Pins verbaut hatten. Und das war der 10030, der alte große UCS-Star Destroyer. Der hat irgendwie 200 Stück. Völlig wahnsinnig. Und aber der hatte auch ganz viele von den Technik-Bricks, die du halt ständig mit normalen Steinen kombinieren musstest. Und das große alte Karussell. Das hat er auch irgendwie 90. Und da kommt danach der mit 80. Wie absurd ist das denn? Liegt aber auch daran, dass man 24 allein schon Hilfe braucht für die vier Räder. Plus, und das seht ihr ja hier, hier sind zum Beispiel immer mal so Fliesen angebracht. Und diese Fliesen sitzen natürlich immer auf blauen Pins. Und das ist querbeet im Modell so gemacht. Und da kommst du immer auf acht von diesen Dingen in diese ganze Tüte voll und denkst, was soll das denn? Es ist nur Deko-Gefuddelt. Also 100 Teile sind Deko-Gefuddelt bei dem Set. Also jetzt haben wir dieses Ding, was natürlich grünzer aussieht. Das kommt weg. Und das ist dann die gescheite Felge. So, und diese Felge, um es euch mal kurz zu zeigen, ich habe mich auch diesmal bemüht, dass ich die Reifen mal in richtiger Richtung aufziehe. Das ist die andere Seite der Felge. Eine sehr hübsche Felge, finde ich. Mit der kann man ernsthaft was anfangen. Und das hier ist die Aufnahme. Guck mal. Und das ist, ihr habt es ja kannt, aus dem 42056 oder auch 83. Das sind die Aufnahmen von Bugatti und Porsche und von Claes Xerion. Und wir haben sie jetzt in einem preislich niedrigeren Modell. Günstig ist das Set wirklich nicht. Da ist das drauf. Hier seht ihr auch ein bisschen was von der Lenkung und da seht ihr auch drin diesen weißen Connector, der bei der Führung mitarbeitet ein bisschen. So ist es. Also, ist dabei. Hier die Soft Axle, kennt ihr auch in orange. Gar keine Frage. Nett sind, das ist auch der Kotflügel, also nicht der Kotflügel, leider nicht, sondern dieses gebogene Paneel, was an den Kotflügeln sitzt beim 42070, wieder hier in schwarz. Dann sind hier die Eckigen, die kann man natürlich zur Ergänzung auch gut für den Air Race Jet benutzen. Auch super. Es sind drei Aktuatoren drin verbaut, von den dicken. Und die Aktuatoren mag ich ja. Ich setze sie mal wieder drauf, damit ihr hier gescheit rumfährt. Die Aktuatoren mag ich und die sind ja ein bisschen rar geworden. Ihr erinnert euch noch dran, 2013, 14, 15, da waren die relativ gängig. Gab es die im 42008, in dem grünen Abschlepper, dann in dem 009 waren welche drin, im Schwerlastkran, und im 24er, was ist der 24er, 25er, in dem Containerverladeding waren welche drin, und dann natürlich im Mercedes Arox, und natürlich im Volvo, also im 43er und 30er, überall waren die verbaut. Und jetzt haben wir sie eigentlich nur noch in dem dieses Jahr verschwindenden 55er-Tagebau-Bagger, da sind ja welche drin, um das Hauptteil da hoch und runter zu fahren, im Magtruck und im blauen Elend. Aus die Maus. Und da bin ich froh, dass hier jetzt mal drei Stück vor allem kommen. Das ist mal auch eine gescheite Menge wieder, mit der man arbeiten kann. Finde ich schön. Das Gegengewicht läuft hier auch auf diesem rauszieht Ding raus, was die Outtrigger sind, beim Arox zum Beispiel. Das kennt ihr auch. Hier oben ist das kleine Paneel, 42065er TrackRacer hatte das eingeführt, und der Porsche natürlich auch. Hier sind die hellgrauen 3x11-Panele verbaut, die sind super. Ziemlich viele, 1x15 Lift, da haben wir in schwarz, auch sehr klasse. Dann haben wir hier, ey, dieses Ding, das kommt einfach mal weg. Ihr wisst ja, dass es da ist. Wir haben hier, das kann man aufkloppen, ich weiß nicht warum, kann man reingucken, das sind die Panele aus dem 42063er BMW Motorrad. Und dazwischen gargelt so ein grüner Stab raus. Weiß nicht, Uran-getriebenes Ding oder so, was weiß ich. Das ist hier so ein Dreierbar-Grün. Ich weiß von nichts. Und wenn ihr da runter guckt, da so rein, da seht ihr was Silbernes glänzen, hoffe ich. Und was ihr da so Silbernes glänzen seht, ich habe keine Ahnung, ob das klappt, aber da drückt jetzt was Silbernes bei diesem grünen Stab runter. Das sind so einmal zwei Slopes, zwei Drittel hoch nur. In Metallic-Silber, nicht in Flat-Silber, in Metallic-Silber. Total cool. Keine Ahnung, was die da drin machen, die haben überhaupt keine Funktion. Egal, die sind drin. Dazu seht ihr hier oben drin noch diese beiden Propeller, die ihr auch aus dem Air Race Jet kennt. Die sind ja nichts angeschlossen. Wenn man sie anpustet, drehen sie sich. Okay. Hier hinten noch so ein paar nette von diesen gebogenen Lift-Armen von den dünnen, sind hier noch verbastelt. Das ist auch ganz schön. Hier unten noch mehr, 3x11-Paneele, diesmal in Gelb, vorne sind es in Schwarz, hier sind es in Dunkelgrau. Da ist eigentlich alles ganz gut verbaut. Und dann, hier unten habe ich euch schon gesagt, First Responder, 42,75 ist hier das große Rechteck-Lift-Arm in Schwarz drin. Auch sehr nett. Es sind ein paar davon verbaut, sechs Stück oder irgendwas. Richtig viel, das ist cool. Und, waren es fünf? Ich weiß nicht, ich habe sie gestapelt, es war ein Stapel. Und dann haben sie sich überlegt, ihr kennt hier die Star Wars-Figuren, diese Buildable Figures, dass die nichts können und die keiner will. Die haben natürlich besondere Teile bekommen. Und, wenn man aber diese Figuren nicht herstellt, weil sie keiner will, dann bleiben halt diese Teile übrig. Da hat man sich überlegt, was machen wir mit diesen Teilen? Zum Beispiel hier in diesem Drohnen-Arm, ist ja, was weiß ich, ist nicht der Drohnen-Arm, der zum Gucken halt sehr wurscht, ist dieses Teil hier dran. Das hat hier eine Achsaufnahme und auf der anderen Seite auch eine Achsaufnahme. Jetzt fragt man sich ja Onkel, aber so Konnektoren haben wir doch schon mit Achsen auf beiden Seiten? Mhm. Und die machen genau das Gleiche. Mhm. Und die sehen genauso aus. Mhm, eigentlich schon. Da haben wir den und wir haben hier unten hier und hier auch nochmal zwei. Und jetzt jammert ja Lego immer und sagt, dass das alles so teuer ist. Oh, das ist alles so teuer. Ah, Mann, 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 dass wir überhaupt als Firma überleben können. Wir müssen die Sets noch ein bisschen teurer machen. Und die Formen, auch die Formen sind so teuer. Jetzt kann man sich gar nicht vorstellen, wie teuer die Formen sind. Und dann produzieren wir so ein Teil, was du für nichts brauchst und haust mir das in meinen Technik-Lader rein. Wozu denn? Einfach wozu? Und übrigens, wenn ihr dieses Teil cooler findet als das Connector-Teil, was es von Technik schon gibt, dann sucht es bitte nicht bei Technik-Konnektoren. Das ist kein Technik-Konnektor. Bei Bricklink läuft das unter Bodypart von Figuren. Weil das ja zu den Figuren gehört eigentlich. So doof. Aber gut, so ist es. Nur, um darauf zurückzukommen, die Teile, die hier verbaut sind, sind tatsächlich nicht schlecht. Und es sind lustige Teile verbaut. Und teilweise auch viele von Sachen, die man gerne mal haben möchte. Das Problem ist natürlich, dass er teuer ist fürs Ausschlachten. Trotzdem wird er sich über die Reifen, die Auffängungen und die Aktuatoren und so weiter rechnen. Das ist kein Problem. Ich finde es nur ein bisschen albern, wenn man ein 42.069 Extrem-Gelände-Fahrzeug mit 2.500 Teilen für den gleichen Preis kriegt und hier kriegt man 1.200 Teile. Und der andere, der hat Federn drin und so. Es ist nicht so, dass der nur aus Ketten bestehen würde. Also der hat schon was drin, weil gefedert ist der Kollege hier nicht. Und für mich hier gibt es keinen Sinn. Preisgestaltung mal wieder setzen. Sechs. Hat kein Konzept in der Lego-Welt momentan. Preisgestaltung. Man kann riesige Glückstreffer landen oder halt völlig daneben greifen. Espen-Maten-mäßig oder hier irgendwelche Preise sich ausdenken und das Volk jubeln. 12 Quadratmeter Anleitung dazu gehauen und da stehen wir. Was machen wir jetzt? Können ein bisschen rumfahren. Ich finde es super schade, dass das ein Konzeptlader ist und nicht ein Gerät, was man ernsthaft brauchen könnte. Über das Aussehen kann man sich jetzt streiten. Das ist vollkommen egal. Wenn es das Ding auch in real schon geben würde, dann wäre meine Argumentation weg. Aber ich fände es immer noch nicht hübsch. Aber das ist wie gesagt eine komplette Geschmackssache. Ich verstehe noch nicht, wozu man futuristisches Zeug bauen muss, wenn es so viele reale Vorbilder gibt, die alle sehen wollen, die einfach nicht gemacht werden. Das ist so unverständlich. Aber wirklich, ihr müsst, das ist was für die Enkel zu mir erzählen, dass ihr zwei Funktionen gleichzeitig ausführen könnt, so ihr denn zwei Hände besitzt. Wie cool ist das denn? Da wäre ich alleine nie drauf gekommen. Ich bin froh, dass es diesen Werbetext ergibt. Wirklich. Kommt mich doch gerne mal besuchen. Im wunderbaren Frankfurter Main. Donnerstags, Freitags oder Samstags. Wir finden etwas für euch. Mein Laden ist vollgepackt mit Zeug. Gar keine Frage. Gucken wir mal, wenn ihr was aus meinem Video seht, was Altes immer sofort anrufen. Die Sachen sind selbstverständlich weg, wenn sie gut sind. Das ist doch vollkommen klar. Und ich stelle halt nur die netten Sachen eigentlich vor. Das heißt, die sind immer weg. Aber wir finden was für euch. Macht euch keine Sorgen. Ansonsten könnt ihr das wunderbare, tropische Klima hier genießen. Auch nachts über 30 Grad. Das ist hervorragend. Und lokales Essen dabei. Das ist doch das, wovon viele Urlauber träumen. Ja, ganz genau. Macht euch einen schönen Tag. Genießt diesen glorreichen Sommer. Und wir sehen uns bald. Macht's gut.